Wenn ich euch, liebe Zuhörer, so eingehend über die ersten Monate berichtet habe, die Luise im Haus ihrer Schwiegereltern zubrachte, so geschah es, um euch ein klares Bild von den Verhältnissen zu geben, in die die junge Frau hineingestellt war. Nun aber möchte ich die letzten kalten Winterwochen überspringen und euch in den sonnigen Monat Mai versetzen, der mit seinem Zauber solch wunderbare Veränderung in Feld und Wald hervorbringt und von den Landbewohnern mit besonderer Freude begrüßt wird. Im Hause Morgan war ganz allmählich manches anders geworden, wenn sich vielleicht auch kein Glied der Familie hätte Rechenschaft geben können, wie und wann diese oder jene Geflogenheiten durch neue ersetzt worden waren. Am meisten hatte sich wohl Dorothea verändert, die sich mit aller Entschiedenheit auf des Herrn Seite gestellt hatte und nun in ihrer kleinen Sphäre jede Gelegenheit auskaufte, um als treu empfunden zu werden. Das junge Mädchen ahnte nicht, wie gerade diese Treue im Kleinen ihre Mutter so sehr in Erstaunen versetzte. Frau Morgan musste sich wohl oder übel eingestehen, dass etwas Neues über Dorothea gekommen war, wenn sie sah, wie pünktlich ihre Befehle ausgeführt wurden und wie unverdrossen Dorothea ihre Pflichten so gut als möglich zu erfüllen suchte. Frau Morgan bezweifelte zwar, dass die Besserung anhalten werde, aber wir wissen aus welcher Quelle das Mädchen täglich neue Kraft schöpfte und trauen es dem guten Hirten zu, dass er sein Schäflein nicht in die Irre gehen lassen wird. Das vordere Wohnzimmer war nach Herrn Butlers Besuch nicht wieder in den Zustand trostloser Verwahrlosung zurückgesunken. Sondern wurde allmählich der Sammelplatz der Familie am Abend und bei Tage wurden Besucher hineingeführt, die gar bald herausfanden, dass die Morgans lange nicht so zugeknöpft waren, wie man vermutet hatte. Ich kann die kleinen Veränderungen nicht alle aufzählen, aber versichern kann ich euch, dass der eisige Hauch, der über der Familie lag, Luisens sonnigem Wesen weichen musste. An jenem Maimorgen freilich schien wohl die Sonne draußen mit goldenem Licht, aber im Haus herrschte die düstere Stimmung. Hatte doch Hans seine oft wiederholte Drohung zur Ausführung gebracht und sich eines Abends auf und davon gemacht, niemand wusste wohin. Kein Wunder, dass die Sorge bleischwer auf den Gemütern lastete und selbst Luise tränenden Auges mit der Frage vor ihrem Gott stand. Herr, warum? Hans war in den letzten Monaten mehr denn je das Sorgen- und Angstkind der Familie gewesen und trotz der vielen Gebete, die von seinen Geschwistern für ihn zu Gott gesandt wurden, war er stetig rückwärts gegangen. Es war längst keine Rede mehr davon, dass er die Familie zur Kirche oder Gebetsstunde begleitete. Ja, sobald irgendjemand es nur wagte, ein ernstes Wort an ihn zu richten, kehrte er den Betreffenden unwirsch den Rücken und ging davon. Fast jeden Abend verbrachte er in der Dorfschenke und die Luft seines Zimmers war verdorben durch Tabakrauch und Alkoholgeruch. Mit schwerem Herzen betrat Luise jeden Morgen das Zimmer ihres Schwagers, das treue Hände und liebende Herzen im Laufe der Zeit so gemütlich gemacht hatten. Es war nicht mehr das kahle, verwahrloste Loch, das Luise am Anfang so entsetzt hatte, sondern der wärmere Hauch, der das Haus durchströmte, war bis ins Hansens Mansare gedrungen. Und Weihnachten, Neujahr, so wie des jungen Mannes Geburtstag, boten Willkommenen Anlass, das Mobiliar in derselben zu vervollständigen. Eines Tages hatte Luise sogar gewagt, eine hübsch gebundene Bibel neben das Bett zu legen, aber zu ihrem Kummer entdeckte sie dieselbe am folgenden Morgen hoch oben auf dem Bücherregal, wo allerlei alte, außer Gebrauch stehende landwirtschaftliche Blätter von einem Jahr zum anderen aufbewahrt wurden. Hans Morgan schien mit aller Vorbedacht sein zeitliches und ewiges Leben verspielen zu wollen, ohne dass er einem seiner Angehörigen erlaubte, ihn zu warnen. Aber so verzweifelt die Lage auch aussah, so hielten die treuen Geschwister je länger, je mehr an, für ihn vor dem Thron des himmlischen Vaters einzustehen. Zumal jetzt, wo das Gefürchtete eingetroffen war und Hans das elterliche Haus im Zorn und ohne Geld verlassen hatte. Was besonders die arme Mutter in den vorhergehenden Wochen durchgemacht hatte, merken wir daran, dass sie sich eines Tages so weit demütigte, dass sie ins Zimmer ihrer Schwiegertochter kam, um sie zu bitten, doch für den armen Hans zu beten. Oh Mutter, ich kann wohl sagen, dass kaum eine Viertelstunde vergeht, ohne dass ich für ihn bete, hatte Luise geantwortet. Aber wer könnte besser für ihn einstehen als seine Mutter? Willst du nicht selbst für ihn beten? Ich verstehe mich nicht aufs Beten, hatte die arme Frau geantwortet und sich dann rasch entfernt, um ihre Bewegung zu verbergen. Kein Mensch erfuhr, dass sie dann in der Stille der Nacht in ihrer Herzensangst sich an Gott wandte mit den Worten Oh Gott, wenn du die Menschen in ihrer Not hörst, dann höre auch mich und verhindere, dass mein Hans fortgeht. Es lag ja in diesen Worten keine Spur von Ergebung in Gottes Willen, sondern einfach ein Anklammern an eine unsichtbare und ungekannte Macht in der höchsten Not. Aber es war doch der erste Gebetsversuch, den Frau Morgan seit vielen Jahren gemacht hatte. Als aber Hans trotz allem den verhängnisvollen Schritt tat, ohne dass die unsichtbare Macht ihn zurückgehalten hätte, da machten sich Frau Morgans Kummer und Sorge in den ungerechtesten Vorwürfen gegen ihre Umgebung Luft. Es wundert mich nicht, dass dem armen Jungen das Haus verkleidet worden ist, sagte sie zu Luise. Seitdem du im Haus bist, hast du ihn ja beständig mit Kirchen und Versammlungslaufen gequält. Und sogar in seinem Zimmer hat man ihm keine Ruhe gelassen, sondern es mit allerlei unnützem Zeug angefüllt. Ich verbiete jetzt ein für allemal das ewige Beten und scheinheilige Reden in meinem Haus, das nur Schaden anrichtet. Wenn du ihm eine vernünftige Schwester gewesen wärst, sagte sie zu Dorothea. Dann wäre der arme Hans auch nicht so weit gekommen. Du hast ihm nicht das Geringste zuliebe tun können. Mit dem Karl Martin kannst du scheckern und scherzen, aber für deinen eigenen Bruder hast du kein freundliches Wort gehabt. Oh, wie schnitten diese harten Reden der armen Dorothea ins Herz. Musste sie sich doch anklagen, dass sie tatsächlich ihrem Bruder jahrelang kein freundliches Wort gesagt hatte. Wenn sie sich in den letzten Monaten auch alle Mühe gegeben hatte, das Versäumte wieder gut zu machen. Auch Vater Morgan blieb nicht von bitteren Vorwürfen verschont. Die arme Mutter vergaß, dass Hans verächtlich alles Geld von vornherein rundweg abgeschlagen hatte und sagte Ich begreife nicht, wie du den Jungen ohne einen Pfennig Geld in die Fremde hast gehen lassen können. Da hätte ich doch wahrhaftig lieber alle Scheunen leer gemacht, um genug bares Geld im Haus zu haben. Der Hans ist doch dein Sohn, so gut wie der Ludwig. Mich wundert es nicht, dass er auf und davon ist, nachdem du ihn wie einen Knecht behandelt hast. An seiner Stelle wäre ich schon lange fortgelaufen. Herr Morgan war nicht der Mann, der solche Vorwürfe stillschweigend in die Tasche gesteckt hätte. Und so flogen bittere Reden und harte Worte hinüber und herüber, so dass Luise oft den Jammer nicht mehr mit anhören konnte und sich gar manches Mal weinend in die Stille ihres eigenen Zimmers zurückzog. Das Allerschlimmste aber war, dass selbst Luisens starker Glaube in dieser schweren Zeit bedenklich ins Wanken kam und immer wieder die Frage in ihr aufstieg, warum hat Gott das alles zugelassen? Hatte sie nicht vom ersten Tag ihres Hierseins an versucht, den Herrn in ihrem Wandel zu verkündigen? Warum bekannte sich nicht Gott zu den Gebeten seiner Kinder und ließ es zu, dass die Mutter sich mehr und mehr verhärtete? Als Hans an jenem Abend so zornig seinem Vaterhaus den Rücken wandte, wusste er selbst noch nicht, was er eigentlich tun wollte. Fürs Erste richtete er seine Schritte nach der Dorfschänke, wo er in der letzten Zeit so manchen Abend verbracht hatte. Da sein Benehmen nicht anders war als sonst, merkten seine Zechgenossen nicht, dass er vor einem kritischen Abschnitt seines Lebens stand. Hans selbst machte sich dies so wenig klar, dass er nach alter Gewohnheit den Heimweg einschlug, nachdem er in später Nachtstunde das Wirtshaus verließ. Plötzlich aber stand er einen Augenblick still und wandte sich dann kurz entschlossen der entgegengesetzten Seite zu, wo die nächste Eisenbahnstation lag. Nachdem er ein Ticket nach der Hauptstadt gelöst hatte, entdeckte er, dass ihm nur knapp eine Mark blieb. Mit geringschätzigem Lächeln suchte er sich einen bequemen Platz im Zug und vergaß bald seine heikle Lage in einem festen Schlaf. War es möglich, dass er die Heimat verließ, ohne eine Spur von Reue zu empfinden über den Kummer, den er den Seinen verursachte? Zu seiner Entschuldigung müssen wir gestehen, dass er keine Ahnung hatte, wie bitter seine Mutter unter seinem Betragen litt. Frau Morgan hatte in den langen Jahren so vortrefflich gelernt, ihre Gefühle unter einer harten Außenseite zu verbergen, dass selbst ihre nächsten Angehörigen nicht wussten, was in ihrem Innern vorging. Ja, Hans glaubte mit vollem Recht sagen zu dürfen, dass seine Mutter ihn nicht liebe. Er hätte seinen Augen nicht getraut, wenn er gesehen hätte, wie bitterlich Frau Morgan daheim weinte, während er sorglos der Stadt zufuhr. Es würde zu weit führen, wenn wir den jungen Mann auf seinen weiteren Lebensweg Schritt für Schritt verfolgen wollten. Wir würden schaudern vor den Abwegen, auf die er geriet. Wir würden aber auch staunen, von wie manchem Abgrund des Elends und der Verworfenheit er wie von unsichtbaren Händen zurückgehalten wurde. Droben in der Ewigkeit wird uns die Macht der Fürbitte einmal erst recht offenbar werden, wenn wir sehen, wie oft die Gebete treuer Eltern, Geschwister oder Freunde eine Seele aus dieser oder jener Versuchung gerettet haben. Immerhin sank Hans in tiefes Elend, in Sünde und Verkommenheit. Anfangs erfüllte ihn der Gedanke mit Genugtuung, dass er sein eigener Herr sei, dass niemand ihm etwas zu befehlen habe und er je nach Belieben arbeiten oder feiern konnte. Bald aber musste er erfahren, dass in der Stadt nicht immer Arbeit zu finden war, wenn man Lust dazu verspürte und dass es nicht so leicht war, sein tägliches Brot zu verdienen. Wie er gedacht hatte. Gar manchen Tag hatte er kaum ein Stück trockenes Brot zu essen. Seine Kleider waren schadhaft, seine Schuhe durchlöchert und wenn er sich nach Arbeit erkundigte, wurde er häufig rau abgewiesen. Wie ganz anders hatte er sich das Leben der Freiheit vorgestellt. Es fiel ihm nie ein, demütig ins Elternhaus zurückzukehren. Ja, er gestand es sich nicht einmal ein, dass er sich nach dem heimatslichen Boden sehnte. Und dass er nicht ohne Wehmut an sein eigenes Stübchen denken konnte, das ihm so lieb geworden war, trotzdem er mit keinem freundlichen Wort die mancherlei Veränderungen in demselben anerkannt hatte. Wenn wir Hans Morgan an einem Oktobertag in der Stadt begegnet wären, so hätten wir ihn sicher nicht erkannt. So verwildert und ausgehungert sah er aus. Seine Mutter hätte sich empört abgewandt, wenn ein Bettler sich in einem solchen Aufzug vor ihrer Tür hätte blicken lassen. Und was hätte sie wohl gesagt, wenn sie ihren Sohn jetzt hätte sehen können? Trotz aller bitteren Erfahrungen, die Hans in der Fremde gemacht hatte, war er noch keineswegs gedemütigt. Da er in der Stadt keine Arbeit finden konnte, wollte er auf dem Land sein Glück versuchen. Da er sich zu schwach fühlte, um zu gehen, stahl er sich in einem Güterzug und fuhr auf diese Weise mehrere Stationen aufs Land hinaus. Der erste Bauer, den er um Arbeit bat, gab ihm Gelegenheit, sich ein Frühstück zu verdienen, indem er ihm auftrug, das Holz in der Scheune aufzuschichten. Als Hans noch nicht lange bei der Arbeit war, rief der Bauer, Komm herein zum Frühstück und nehmt zuerst an unserer Morgenandacht teil. Die Morgenandacht schenke ich euch, entgegnete Hans erregt. Ich habe euch gebeten, mir etwas zu essen zu geben und nicht, dass ihr mit mir beten sollt. Ihr sollt euer Frühstück haben, sagte der alte Mann ernst. Aber es wird euch wohl nichts schaden, wenn ihr Gott erst dankt, dass er euch Gelegenheit gibt, euch ein ehrliches Brot zu verdienen. Wenn ich mein Essen nicht ohne die Andacht haben kann, will ich überhaupt nichts haben, rief Hans zornig und hielt in der Arbeit inne. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Wenn ein Mensch so heruntergekommen ist, dass er nicht einmal ein paar Gebetsworte anhören kann, so verdient er auch kein Essen. Gut, dann hungere ich, erwiderte Hans zornig und ging fort. Du hättest den armen Menschen nicht fortgehen lassen sollen, ohne ihm etwas Warmes zu essen zu geben, meinte die Bäuerin, während sie dem Davoneilenden mitzleidig nachsah. Vielleicht hat er sich nur geschämt, in so zerrissenem Aufzug in ein anständiges Haus zu kommen. Das hätte er ja nur zu sagen brauchen, antwortete der Bauer ernst. Ich fürchte aber vielmehr, dass an dem Menschen überhaupt Hopfen und Malz verloren ist. Es ist traurig, wenn einer nicht einmal mehr ein paar Gebetsworte mit anhören kann. Hans war allerdings körperlich wie geistig in einer traurigen Verfassung, aber ganz so schlimm war er doch nicht, wie es den Anschein hatte. Seitdem er von zu Hause fort war, hatten sich seine Gedanken oftmals ganz gegen seinen Willen mit der ersten Andacht an jenem Sonntagabend beschäftigt. Und darum vermied er es ängstlich, unter irgendwelchem religiösen Einfluss zu kommen. Lieber wollte er Hunger leiden. Statt ihn mürbe zu machen, verbitterte ihn sein Elend nur mehr und mehr. Eine Weile schritt er planlos weiter, bald aber fühlte er seine Kräfte sinken, so dass er endlich notgedrungen an die Tür eines Bauernhauses pochte und um ein Stückchen Brot bat. Kommt nur herein und ruht euch ein wenig aus, sagte eine freundliche Bäuerin. Ich will euch gleich etwas heißen Kaffee holen, der wird euch guttun. Ihr habt wohl kein Heim mehr? Am Ende ist eure Mutter auch schon tot? Als Hans eben antworten wollte, dass seine Mutter noch lebe, überkam ihn plötzlich eine unsagbare Angst. Was konnte in den sechs Monaten daheim alles passiert sein? Wusste er so bestimmt, dass seine Mutter noch am Leben war, nachdem er so lange Zeit nichts von seinen Angehörigen gehört hatte? Dieser Gedanke beschäftigte ihn so sehr, dass er darüber fast das vor ihm stehende herrlich duftende Frühstück vergaß. Unterdessen plauderte seine freundliche Wirtin unbefangen weiter. Es muss hart sein, so gar keine Heimat auf der Welt zu haben, sagte sie. Aber unser Heiland hat selbst sein Heim aufgegeben und hatte auf Erden keinen Ort, wohin er sein Haupt hinlegen konnte. Und er hat es für uns getan, um uns eine Wohnung im Himmel zu bereiten. Hoffentlich ist dort oben auch euer Name angeschrieben, junger Mann. Wie? Als Hans auch darauf nicht antwortete, wandte sich die Frau traurig ab. Offenbar versteht er nicht, was ich meine, sagte sie sich. Wahrscheinlich hat noch nie jemand mit ihm vom Heiland gesprochen. Sie sann ein Weilchen nach, dann ging sie wieder auf Hans zu, während sie in der einen Hand einen Teller mit kleinen Kuchen und in der anderen ein Kärtchen hielt. Steckt die Kuchen in die Tasche, sagte sie. Und wenn ihr lesen könnt, so seht manchmal auf diesen Spruch. Wollt ihr es mir versprechen? Denn der Jesus, von dem hier die Rede ist, ist auch heute noch bereit, jedem zu helfen, der sich von ihm helfen lassen will. An eurer Stelle würde ich nicht einen Tag länger zögern, mich ihm anzuvertrauen. Hans steckte notgedrungen die Karte ein, in der Absicht, sie bei der nächsten Biegung des Weges fortzuwerfen. Als er aber neu gestärkt durch die kräftige Mahlzeit auf der Landstraße einherging, holte er unwillkürlich die Karte hervor und las Folgendes. Es ist je gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen. Darunter stand, Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und Der Meister ist da und ruft dich. Unsinn! Brummte Hans vor sich hin und steckte den Zettel wieder zu sich, während er der nächsten Eisenbahnhaltestelle zuschritt. Es war seine Absicht, noch weiter aufs Land hinaus zu fahren. Als der Güterzug sich jedoch in Bewegung setzte, merkte er, dass derselbe offenbar in die Stadt zurückfuhr. Macht auch nichts, sagte er sich schließlich. Ich kann mein Heil noch einmal in einem anderen Teil der Stadt versuchen. Als jedoch der Zug endlich hielt, befand er sich in einer ihm vollkommen unbekannten Gegend der Stadt. Wo soll ich nun hingehen? Nach Norden, Süden, Osten oder Westen? Überlegte er. Ich will es mit dem Süden versuchen. Es ist im Grunde doch einerlei, wo ich hingehe. So dachte Hans und ahnte nicht, dass er gerade jene Richtung wählen musste, weil der gute Hirte heute um jeden Preis sein verlorenes Schäflein zur Herde zurückbringen wollte. Die Gemeindeglieder, die sich zur großen Friedenskirche hielten, mussten heute offenbar Wichtiges miteinander zu besprechen haben. Denn nach Beendigung des Vormittagsgottesdienstes ließen sich die meisten von ihrem Pastor eine Anzahl zierlicher, schön beschriebener Kärtchen geben. Und dann standen sie im eifrigen Gespräch gruppenweise beieinander. Ein junges, auffallend hübsches Mädchen schien nicht an der allgemeinen, sichtlich gehobenen Stimmung teilzunehmen, sondern blieb offenbar nur stehen, weil sie auf ihre Mutter wartete. Stella, willst du dir nicht auch von Herrn Lindheim einige Kärtchen geben lassen? Ich höre soeben, dass sich noch niemand gefunden hat, der die Regentenstraße übernehmen könnte, und du hättest Zeit, den kleinen Umweg zu machen. Aber ich kann doch nicht wildfremden Leuten die Einladungskarten anbieten, Mama, entgegnete das junge Mädchen sichtlich bestürzt. Gewiss erwartet dies auch niemand von mir, nachdem ich mich noch nie mit derlei Dingen abgegeben habe. Ich meine, wenn du eine Anzahl Karten verteilst, ist es vollständig genug. Ich habe die Promenadenstraße übernommen, antwortete die ältere Dame ruhig. Glaubst du nicht, dass Luise mit Freuden diese Gelegenheit benutzt hätte, um Seelen für den Herrn zu gewinnen? Aber Mama, du weißt doch, dass ich nicht mit Luise zu vergleichen bin und sie nirgends ersetzen kann. Warum nicht, Herzchen? Ist es denn so besonders schwer, einem Vorübergehenden eine Einladungskarte zu geben und gelegentlich ein Wort der Ermunterung beizufügen, wenn man sieht, dass jemand sich nichts gleich zur Annahme entschließen kann? Was wird man von mir denken, wenn ich die Leute zur Versammlung einlade? Ich gehöre ja nicht zu den Frommen. Einen Augenblick betrachtete Frau Barrows ihre Tochter schweigend. Dann sagte sie, wenn auch du nichts vom Heiland wissen willst, so kannst du doch wenigstens wünschen, dass andere zu ihm kommen. Vielleicht kannst du jemals eine Gelegenheit dazu bieten, der noch nichts vom Heiland gehört hat und der den Weg des Heils noch nicht kennt. Willst du das nicht versuchen? Ja, Mama, entgegnete Stella leise, aber bestimmt und holte sich eine Anzahl Karten. Und was stand auf diesen Karten? Nichts weiter als eine freundliche Einladung zum heutigen Abendgottesdienst, den ein berühmter Evangelist halten wollte. Und darunter war der Vers angeführt, Der Meister ist da und ruft dich. Stella fragte sich unwillkürlich, ob der Meister wirklich auch sie rufe, aber sie vermied es, ernstlich darüber nachzudenken. Wenn sie sich dazu hätte überwinden können, wäre sie gerettet gewesen. So aber nahm sie sich nie die Zeit, um herauszufinden, ob der Meister auch an sie persönlich den Ruf ergehen ließ. Stella betrat die Regentenstraße mit klopfendem Herzen. Und der erste Mensch, der ihr begegnete, war Hans Morgan. Erstaunt blickte er das junge Mädchen an, dass ihm schüchtern eine Karte reichte mit den Worten, Bitte, wollen Sie diese Karte annehmen? Ohne die Karte anzunehmen, starrte er auf das liebliche Gesicht vor ihm und zerbrach sich den Kopf, wo er dasselbe schon einmal gesehen hatte. Stella wusste nicht recht, was sie mit dem sonderbaren Menschen anfangen sollte. Nach einer Weile wiederholte sie leise ihre Bitte und fügte bei, die Kirche ist jeden Abend gestopft voll und es wird sehr schön gesungen. Wie aus einem Traum erwachend, nahm Hans den dargebotenen Zettel und ging ohne Dank oder Gruß weiter. Wie merkwürdig er mich angesehen hat, gerade als ob er noch nie einer Dame begegnet wäre, sagte sich Stella. Jedenfalls sieht er aus, als ob er recht notwendig einen Freund brauchen könnte. Der arme Mensch tut's mir leid, wenn er nur in die Versammlung käme, aber das wird er jedenfalls nicht tun. Stella glaubte wirklich, dass die Liebe Jesu in das Leben eines solch unglücklichen Menschen eine große Veränderung bringen würde, aber es kam ihr nicht in den Sinn, dass sie, die glückliche Verwöhnte Stella Barrows, denselben Heiland nötig habe. Was ist nur in die Leute heute gefahren, dass sie mich mit Bibelsprüchen verfolgen? brummte Hans, während er die Karte aufmerksam betrachtete. Es kam ihm merkwürdig vor, dass auf den beiden Karten, die er bekommen hatte, derselbe Spruch stand, aber er hielt sich dabei nicht weiter auf und dachte den ganzen Tag nicht mehr an den Vorfall vom Morgen. Erst am Abend, als er achtlos durch die Straße schlenderte und an einer großen Kirche vorbeikam, fiel ihm der schöne Gesang auf, der aus derselben erklang. Ist es möglich, dass das gerade die Kirche ist, in der die Versammlungen abgehalten werden? fragte er sich unwillkürlich und zog die Karte aus der Tasche hervor. Ja, richtig, da stand der Name der Kirche, vor welcher er sich befand. Viele nennen dieses merkwürdige Zusammentreffen einen Zufall. Wir aber wissen, dass es in unserem Leben kein blindes Ungefähr gibt, sondern dass eine weise Vaterhand auch die kleinsten Ereignisse für uns ordnet. Hans hatte keineswegs Lust, in die Kirche einzutreten. Er wollte nur von außen, dem Gesang und schönen Orgelspiel zuhören. Als aber die Worte des Liedes an sein Ohr drangen, komm heim, komm heim, o müder Wanderer, o du irrende Seel, vom Vaterhaus fern, winkt dir nirgends ein Stern, o verlorenes Kind, komm heim, ach, komm heim. Da überkam ihn ein unwiderstehliches Heimwehgefühl, so dass seine Augen sich wieder seinen Willen mit Tränen füllten. Um jedes Wort zu verstehen, näherte er sich der halb geöffneten Kirchentür und warf dabei einen Blick in die große Zuhörermenge, die nicht nur aus fein gekleideten Leuten, sondern auch aus schlichten Arbeitern und recht verkommenen, aussehenden Menschen bestand. Plötzlich kam ein junger Herr auf ihn zu und nötigte ihn, in die Kirche zu kommen. In meinem Anzug kann ich mich nicht in einer Kirche sehen lassen, entgegnete Hans ausweichend. Ihr Anzug schadet gar nichts, denn es sind genug Leute im Arbeitskittel hereingekommen, ich will ihnen einen guten Stehplatz zeigen. Hans fühlte, dass er nichts mehr widerstehen konnte und ließ sich von dem freundlichen Herrn willenlos führen. Er kam gerade, als der Geistliche die Kanzel bestieg und das bedeutungsvolle Schriftwort las. Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Der Geistliche las die Frage in einem Ton vor, als ob er an jeden Einzelnen in der großen Versammlung die Frage persönlich richte. Hans fuhr zusammen und fragte sich, ob es möglich wäre, dass der Geistliche ihn von der Kanzel herab angeredet habe. Als er aber sah, dass die Umstehenden offenbar nichts Befremdendes an ihm fanden, wandte er wieder seine ganze Aufmerksamkeit dem Prediger zu und lauschte gespannt dessen Worte, die einen gewaltigen Eindruck auf ihn machten. Was war es nur, das den armen, jungen Menschen fesselte? Woher kam es, dass ihm plötzlich war, als stände er selbst vor dem himmlischen Bräutigam und hätte kein hochzeitliches Kleid an? Er hatte Lust zu fliehen, aber wohin? Er fühlte wohl, dass dem Auge des Allsehenden kein Versteck zu dunkel war, in das er nicht hineindringen konnte. Nach einem kurzen, zu Herzen gehenden Gebet des Geistlichen erklangen vom Chor herab die bittenden Worte der Sänger. O kehrt zurück, säumt länger nicht, entflieht der ewigen Qual, denn bald erlöscht der Gnadelicht, dann höret auf die Wahl. Kommt, eilend, kommt! Hans erkannte unter den Sängern die Dame, die ihm am Morgen die Einladungskarte gegeben hatte. Und ihr Gesicht weckte wiederum in ihm Erinnerungen auf, von denen er sich keine Rechenschaft zu geben vermochte. Nach dem Gesang sprach der Geistliche nicht wie sonst den Segen, sondern er wandte sich an seine Zuhörer mit den Worten, Ich weiß, meine Freunde, dass manche unter euch sind, denen es zum Bewusstsein gekommen ist, dass sie verstummen müssten, wenn unser Herr heute leibhaftig vor sie trete, mit der Frage, Freund, wie bist du hierher gekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Wollt ihr die Angelegenheit nicht heute in Ordnung bringen, ehe es zu spät ist? Fasset Mut und tretet vor, damit wir miteinander den Herrn um seinen Geist bitten können. Bedenket wohl, dass ihr mit Vernunft begabte Leute seid, die sich entscheiden können, wenn sie nur wollen, für den Herrn oder wieder ihn. Aber ich beschwöre euch bei eurem Seelenheil, tretet der Lösung jener wichtigen Frage näher und ich kann euch versichern, dass unser himmlischer Meister das Seine tun wird, um euch glücklich und selig zu machen. Kommt, ich bitte euch. Hans stand unschlüssig da und zauderte, welcher Stimme in seinem Innern er gehorchen sollte. Die eine raunte ihm zu. Mach, dass du hinauskommst, du glaubst ja doch kein Wort von dem, was hier geredet wird. Und überhaupt geht dich die ganze Sache nichts an. Und die andere flüsterte, doch, es geht dich an und du glaubst es auch. Er konnte nicht sagen, wie es kam, dass er plötzlich mit vielen anderen vor dem Altar niederkniete und gar nicht mehr daran dachte, dass er bis jetzt nur Hohn und Spott für alles hatte, was mit der Kirche zusammenhing. Gerade als er niederkniete, schlug die Uhr neun und um dieselbe Zeit knieten in seiner fernen Heimat vier Menschen in drei verschiedenen Zimmern vor ihrem Gott, um für den Armen verlorenen Hans zu beten, dass der Herr ihn endlich finden möge. Hans ahnte nicht, dass Ludwig, Luise, Dorothea und Karl Martin sich das feierliche Versprechen gegeben hatten, jeden Abend um die neunte Stunde für ihn zu beten. Keine der treuen Seelen wusste, dass der Herr an jenem Abend seine Verheißung wahrgemacht hatte. Wenn sie noch reden, will ich hören. Viele sogenannte Christen würden nicht zugeben, dass zwischen jenen allabendlichen Gebeten der Geschwister und der Lebensführung des Hans irgendein Zusammenhang bestand. Aber Gottlob mehrte sich doch heutzutage die Zahl derer, die es bezeugen können, dass es tatsächlich Ketten gibt, die von den Gläubigen zum Herrn hinaufreichen und deren er sich wiederum bedient, um verlorene Sünde aus dem Elend zu erretten. Das ist ein es es Untertitelung des ZDF, 2020